Moin Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Murder. Am heutigen Tag zusammen mit unseren Lieblings-Sky-Buddies Zombie und Maudado. Ja, Maudado. Ja, Tanzparty auf dem Laser. So, Mann, der geht los. Okay, Leute, ich habe 44%. In der Runde eben hatte ich 46%. Allerdings haben wir die ein bisschen verkackt, beziehungsweise der Dude ist direkt gestorben. Irgendwas hat hier gerade... Ich hatte gerade so einen Minecraft-Sound. Oh, war das der Mörder-Sound? Nein. Ich glaube... Nein, war wirklich nicht. War wirklich nicht. Ich höre es. Ich höre dich mit meiner Faust. Ich verprügel dich einfach. Ja, du tust wieder so als... Da ist er! Hallo, Paluten! Na, hier bin ich weg. Hallo, na? Du ziehst gleich einen Bogen, oder? Nein, ich scroll durch mein Inventar. Ja, warte, jetzt da ist Gold und jetzt scroll ich weiter. Okay, ich vertraue dir. Ich töte dich nicht. Ja! 800... Hier, okay. Zack. Jetzt ist nur noch... Ich muss Maudado sofort finden. Hä, warum? Na, äh... Guck mal, die müssen alle nicht rein. LOL! So. Oh, der Detective ist tot. Und Detective ist gekillt? Okay. Warte, ich... Oh. Es tut mir leid, Maudado, aber du bist ein zu großes Sicherheitsrisiko. Wer hat den Böw? Ja, ja, das habe ich gesehen. So. Oh, ich glaube da vorne, ich weiß, wer den Bogen haben könnte. Da muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Weil der könnte es definitiv sein. Jawohl, es war er. Okay, perfekt. Oh. Bin ich der Letzte? Ja. Ja, Zombie. Was machen wir jetzt? Wir machen ein Glücksspiel, okay? Okay. Warte, wo bist du? Äh. Ich bin... Ich komme in die Mitte. Ich komme in die Mitte. Okay. Ich bin hier. Ich habe ja nichts. Ich habe... Da, ich sehe dich. Hallo. Ja? Ich trinke den Trank. Wenn er mich unsichtbar macht, kann ich fliehen. Ich bin blind. Scheiße. Hilfe. Warte. Okay. Ich könnte dich jetzt einfach töten, aber dadurch... Ah, ne, warte. Du wärst ja am Anfang tot gewesen. Du hattest ja gar nichts. Aber egal. Komm, wir... Für die... Für die... Damit ich mich blamiere, hier oben ist der Bogen. Du schnappst dir einfach den Bogen und dann kämpfen wir ein bisschen, okay? Bogen. Okay, los geht's. Wo bist du überhaupt? Ja, das ist die Frage. Das wüsstest du gerne? Ja. Oh, oh. Ich sehe gleich ein Schwert fliegen und dann bin ich tot. Nein, 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 nein. Ach, verdammt! Oh, oh. Das hört man doch bestimmt nicht. Alles gut. Kaufst du die Tränke? Ey, das kann doch nicht wahr sein! Nein! Tu ich nicht. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass du dich aufregst. Und fragst, ob man das hört. Ja, ja, doch, doch. Hoi! Oh Gott, er hat geschossen! Er hat geschossen! Hab ich nicht! Hab ich nicht! Nein! Nein! Oh, das war so knapp! Komm, ich brauch doch jetzt nur mal ein bisschen Glück. Ich brauch nur... Sehr gut. Sehr gut. Oh, oh. Das ist natürlich gefährlich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, ich muss hier längs. Hoi! Nicht sterben. Soll ich auch Tränke kaufen? Das kannst du machen, wie du leckerlustig bist. Ja, ich bin leckerlustig. Super leckerlustig. So, komm schon, Pidizzle. So. Ah. Komm schon. Nächste. Oh, den hatte ich noch nicht. Ich hab keine Ahnung, wo du bist überhaupt. Das Cauldron ist already... Oh! Besonders, du weißt ja, wo ich bin. Weiß ich? Hier, du hast doch so einen Kompass. Ach, stimmt! Kacke. Meine Unsichtbarkeit hätten wir ja nicht... Ja! Ach, ich hab ja einen Kompass. Ich wusste tatsächlich nicht, dass ich dann direkt schon den Kompass hab. Ich hatte das ein bisschen vergessen. Gut, dass du es verwahrten hast, Tommy. Ich geb meinen Feinden immer Vorteile. Ich fand's gut. Zudem war ich unsichtbar. Das war sehr, sehr praktisch. Oh, jetzt hab ich nur noch eine 5% dicke Chance. Oh, ich hab 6%. 10%. Oh Gott. Er wird bestimmt Mörder. So. Was ich kurz sagen wollte, was ich völlig vergessen hatte, was wir in der Runde zuvor, die wir eben nicht genommen haben, ähm, mäm, 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 gesagt haben. Leute, es gab gestern eine krasse Wasserschlacht im Ufo. Ich hab den da ein wenig mit einem ding, fettem Luftballon abgespritzt. Oh! Ganz ehrlich, hat man den nicht beigebracht, aufs Klo zu gehen? Sieht aber nicht gut aus. Und er fand's nicht ganz so lustig. Es sah so ein bisschen so aus, als hätte er sich in die Hosen gemacht. Wie? Wie er fand's nicht lustig? Ja, weiß ich auch nicht. Die sind immer super. Hi! Hi, Zobay. Hey. Wasserschlacht ist immer cool. Aber er ist tot. Ich weiß es nicht. Maudado? Der Detective ist tot. Aber ich weiß... Mau, mau. ...irgendwo unter uns. Ist Mau Mau? Oh, Mau Mau hat Paluten umgebracht. Nein, nein. Ich hab ihn nicht umgebracht. Ist er selber von selber gestorben? Ist er gestolpert? Ja, er ist einfach von selber gestolpert. Wo hat ihn jemand mit dem Wasserballon nass gespritzt? Und dann ist er gestorben daran? Ja, und dann... ...vor Aufregung. Warte, wer hat jetzt den Bau aufgehoben? Ach man, ich wollte mir den doch holen. Alter, hier ist ein Pikmin. Lol. Lol. Hallo? Warum ist mein Schwert nicht geflogen? Oh, da hat einer einen Bogen. Ja, der hat den Bogen. Okay, jetzt kann ich ja wieder reden. Guckt Leute, ich hab's... Dieses Mal hab ich meine Schnute gehalten. Ich hab nicht laut losgelacht. Ich hab nur gesagt Mau Mau. Und dann lag ich schon im Dreck. Ach man. Oh nein! Oh, was ist passiert? Ich hab's verpasst! Gecampt! Oh, Zombie! Zombie hat gecampt in der Ecke. Ich war so, so... Aber du hast dich von unten gesehen, oder? Nee, ich bin halt hoch, hab nach hinten geguckt. Ah ja, okay, du bist also sicher gegangen sogar. Ich hätte da nie hingeguckt, wenn ich da nicht gelaufen wäre. Ich war einfach hypnotisiert vom Killer-Clown. Was ist eigentlich mit den Killer-Clowns? Wo sind die alle geblieben? Ich glaub sowieso persönlich, dass das echt teilweise einfach nur so ne Medien-Sache war. Dass die Medien versucht haben, die Leute komplett verrückt zu machen. Ach so, stimmt. Es war ja so ein Ding, ne? So einen Tag lang. Ja, aber an Halloween war dann auch nix, oder? Es ist einfach gar nix passiert. Nee, glaub ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab Halloween noch nie so... Ach, hier ist Genji! Alter, guck mal. Genji. Oh Gott. Ist es der von Overwatch? Ja, ich glaub schon. Bitte, bitte. Na! Das kann doch nicht wahr sein! Ekelhaft! Erst ist es Maudado, dann ist es Zombie. Ja, guck doch mal hier. Und dann seh ich Maudado's Life. Okay, ich hab den Bow. Ich hab den Detective schon getötet. Oh. Ups. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich war Detective. Ah! Aber ich war so blauäugig, weil wir alle so... Vor allen Dingen, ihr habt doch auch kaum Prozentchancen. Da-den. 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 Wird das noch schaffen? Wird er es schaffen? Wird der Bahnfahren? Oh, er schafft es! Ja, er schafft es! Neib! Loil! Ist zu spät. Ausgetrickst. Kommt der hier wieder an? Oh, ich hab mein Kabel rausgezogen. Ich weiß nicht. Ich kenn die ganzen Bahnen nicht, die sehen alle gleich aus. Ich hab euch leider nicht gehört. Kein Problem. Hatte mein Kabel rausge... Habt mich schon gewundert, warum niemand auf meine spektakulären Kommentare reagiert. Es war einfach alles... alles total stumm. Oh. Aber der eine Typ weiß jetzt Bescheid, dass Zombie es ist. Okay. Der andere hat den Bogen, also. Hmm. Also unsere Shorts entstehen nicht schlecht. Oh, ich hab auch einen Bogen. Lul. Lla. Was macht der? Fährt rum. Okay, der Typ, der vor dir gekommen ist, der ist, glaube ich, nicht so... Der ist nicht so die hellste Lampe. Ach, der liegt im Auto. Ich hab keinen Schaden. Bestell mal, wo der hingefahren ist. Ist aber weg. Hier. Neues Land reingefahren. Da ist einer! Ja! 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 Benji! Bats! Oh, und der andere? Ist ihm das Gold ausgegangen? Oh, nein! Mann! Der ist die ganze Zeit nur hin und her gefahren. Junge, die Achterbahn des Todes würde ich sowieso schnappen. Wieso probierst du's? Guck da! Da läuft jetzt dein Mörder. Er läuft einfach längst. Er ist zu schnell, er ist zu schnell. Ich muss noch wahrscheinlich noch einmal laufen. Ne, aber irgendwann wird ihm das Gold ausgeben. Ne, 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 das reicht. Die Achterbahn des Todes fordert ihre... Juhu! Juhu! Ah! Ja! Gib ihm den Flutschfänger! Dafür, dass er die ganze Zeit damit gefahren ist! Ja! Okay, do it, do it. Sorry. Beim Flutschfänger werde ich immer ein bisschen... Aber der Genji, der war echt gut da gewesen. Echt? Guck mal, da ist Genji, zack, Maudado tot. Perfekt. Das, das war... Maudado... Ich will mich einfach trainieren, dass ich nie wieder O-Robots spiele, habe ich das Gefühl. Nein, nein, ich will nur den Hass auf Genji stärken. Ist Genji... Der ist doch schon groß genug. Ist das ein cooler Held? Ne, das ist der schlimmste Held im ganzen Spiel. Der kann mit echt viel rumhüpfen, und deswegen ist er sehr schwer zu treffen. Ah, okay. Achso, was der macht, der drückt eigentlich die ganze Zeit nur Leertaste und man kann ihn nicht treffen. Das klingt tatsächlich ziemlich ätzend. So, wie wäre es denn einfach mal, wenn ich mal ein bisschen... bisschen länger überlebe und nicht direkt... Hi. Hallo. Na? Ich bin noch nicht zweimal hintereinander Mörder, Palu. Oh! Den Bogen! Oh Gott, das... Oh, ich nehme lieber Gott. Hey! Puffi! Puffimanual! Hi! Na? Ah, zum Müllkratsch! Ich glaube, Puffimanual ist der Mörder. War aber... Ja, unter uns werden sie, glaube ich, gerade umgebracht. Wieso? Ah, da ist Puffimanual! Nein! Oh! Krass! Krasser Move! Puff! Also das hat sie gerade... Oh, Puffimanual hat überlebt! Ja! Puffimanual ist mega der... Oh! Hattest du kein Gold? Doch, hatte ich! Ich habe es auch gedrückt, aber nichts ist passiert. Hat das einen Cooldown? Scheinbar. Komm schon, Leute, drückt den Knopf, wenn sie mir hinterher rennt! Der Detective stand da... Der hat aber nicht sonderlich viel gemokt. Du musst dich wieder zurückschleichen, Maudado! Oh! Oh! Da hat er auch! Turbodado! Ui! Turbodado! Puffi! Manuel! Ich wusste das die ganze Zeit! Einer schreibt... Oh Gott, da oben! Oh krass! Das ist der Mörder! Der Mörder hat gefragt, wo ist Manu? Ach so! Leute! Leute! Es gibt auch... Nein! Wo ist mein Pfeil hin? Oh! Oh Gott, oh Gott! Ui! Lul! Hä? Ich hab doch einen Pfeil! Hallo? Du hast den Bogen gerade gespannt bei mir und rennt! Bei mir nicht! Bei mir nicht! Ich hab keine Spannanimation! Bei mir hat er die ganze Zeit den Bogen gespannt! Hä? Ich kann meinen Bogen nicht spannen! Alter, Maudado, der alte Hacker! Ich kann meinen Bogen nicht... Das ist wirklich skandal... Hat den Bogen gespannt! Ja... Ah, jetzt kann ich! Okay... Das sah so geil aus! Du hattest halt bei mir den Bogen voll gespannt! Okay... Ja, komm, komm! Maudado, Maudado! Was? Hä? Ich soll ein Buch lesen? Nein, nein! Flutschfinger! Flutschfinger! Die Geschichte von Friedem! Maudado, du bist der Einzige, der noch lebt! Gib ihr den Flutschfinger! Du bist eine einzige Enttäuschung, Maudado! Du bist eine einzige Enttäuschung! Ja! Haben meine Eltern auch immer gesagt! Oh! Deine auch! Meine auch! Maudado, du kannst nicht immer nur Computerspiele spielen! Und ich habe gesagt! Doch, Mama! Ich werde irgendwann YouTuber! Damals gab es noch gar keinen YouTuber, als ich das gesagt habe! Ich habe gesagt immer, ich werde Computerspezialist! Ich... Also ich wollte... Das ist dasselbe! Ich wollte auch immer irgendwas mit Computern machen! Und... Oder auch irgendwas mit Computern spielen! Aber dass es tatsächlich irgendwann klappt! Vor allen Dingen in der Form, wie es jetzt gerade klappt! Ja, das ist ja hundertmal besser als Computerspezialist! Was ich einfach machen kann! Das ist... Mega! Also... Ich kann mich auch echt nicht beschweren! Es sei denn, jemand von euch ist gleich wieder Maudado 9! Papapapau! 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 Okay, ich sollte mich mal hier so ein bisschen weg... Weg... Bewegen! Das... Das geht wieder nur in die Hose! Komm! Ich werde mir jetzt... Also ihr wollt mir erzählen, dass ihr nicht Mörder seid! Ich bin definitiv... Ich glaube Zombey nicht! Es ist noch nichts gestorben und ich habe Zombey kein einziges Mal gesehen! Hä? Also ich... Du hast mich schon gesehen, Maudado! Nee! Ich habe ihn auch einmal gesehen! Ist das?! Da sind Genji und Zombey! Zombey, geh weg! Mach, dass du wegkommst! Ich fahr mit dem Wagen! Okay, fahr mit dem Wagen! Nein, fahr nicht mit dem Wagen! Das bringt dich um! Okay, warte hier! Gib mir das Gold! Mann! Hi, Maudado! Ach, Mann! Ich glaube Zombey! Ich wäre schon tot gewesen! Ja, vielleicht ist das jetzt mal eine neue Taktik, Maudado! Oh nein! Bitte nicht! Ey, wenn du jetzt auch den... Nee! Alles gut! Ich habe richtig Angst, dass Maudado jetzt sein Schwert sieht! Also unser Mörder ist scheinbar sehr inaktiv! Ja, der lässt sich einfach mal ein bisschen zeigen! Man muss auch mal ein bisschen... Bisschen downsteppen! Mal ein bisschen vom Gas gehen! Oh Gott, hier ist doch... Irgendeiner ist es doch hier! Hab den Freedom-Pulli! Ja, geil, Alter! In dem Freedom-Pulli! Ja, ich... Gibt es auch einen Pulli? Hat sie mit Pulli verbessert! Ist genehmigt! Oh! Okay, wer war's? Ich weiß es nicht! Vielleicht ist hier auch irgendjemand... Also Puffy-Girl war es nicht, die war grad hier! Warte, warte, warte! Einer schreibt im Chat Paluten! Nein! Ich bin... Ich schwöre! Edgar Schwur! Edgar Schwur! Ich glaub Palut nicht! Hey! Ich würd niemals den Edgar Schwur brechen! Stimmt! Das darf ich gar nicht! Mann, geht doch bitte weg! Ja, wie soll ich so wissen, wer der Mörder ist? Ich hätte ihn normalerweise schon längst abgeschossen! Ich komme gerade nicht klar! Okay! Dafür hast du mich das eine immer aber toll getötet! Ich komme auch nicht klar! Was sind jetzt... Aber ich hab noch genug... Ich mach einfach... Ich... Ich fahr jetzt einmal! Ja! Bam! Macht ja in der Station auf dich, Paluten! Was?! Nein! Ich zähle hier mit meinem Dinosaurier! Es sind ja zumindest schon ein paar Leute gestorben! Zombay, sorry? Legend Gamer? Keine Ahnung! Ein Skelett! Achso, es ist Zombay! War der hier? Nee! Hä?! Ah, ich hab den Mörder gefunden! Wer ist es? Und wer ist es? Ich bin tot, ich darf es nicht sagen! Achso! Nein! Nicht schon wieder die? Nee! Wir müssen einfach nur gucken, wo jetzt die letzten Leichen waren! Wo... Wo sind Leichen? Hi! Du bist doch zu Zombay gefahren! Oh! Ich... Ich bin's nicht mal da! Guck, du wärst schon... Jetzt... Jetzt wärst du schon längst tot! Irgendwo... Nee, Alex hab ich auch immer gesehen! Warte, wo sind denn... Ey, ich glaub... Ich glaub beim Haus! Steve hab ich auch gesehen, als jemand gestorben ist! Bestimmt beim Haus muss irgendwo der Mörder... Ja, ja, da kommt doch einer raus! Soll ich den erschießen! Der mit den... Ja, 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 ja! Ja, töte ihn! Töte ihn! Oh, oh! Ich renne weg! Ja! Puls! Das war der, der vorher Sorry-Zombay geschrieben hatte! So, Leute! Das war's mit unserer verrückten Tanzparty auf dem Laser! Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da! Und vergesst unter keinen Umständen bei Maudade und Zombay vorbeizuschauen! Der hier gerade ein paar Schneebälle geworfen hat! Haut rein! Ciao, ciao! Ciao!